Ja, hier ist jetzt gerade noch ein bisschen lauter, weil ich direkt an der Hauptstraße bin. Aber, wie seht ihr, da hinten, wie eigentlich der Regen hergeht. Und, ja, wie ich laufen würde. Kajak oder sonst was vielleicht nicht. Das hab ich heute nicht dabei. Wieso, warum? Ich fahre hier jetzt ein Videomacher. Einer flussabwärts mit Karachel und flussaufwärts natürlich im Schleuchtempo. Aber, das funktioniert wunderbar, weil das Jagen gibt genau den Klick, wo sich die Kähne flussabwärts richtig hart schwerstellen, oder besser gesagt, querstellen müssen, um den Rechtsbogen hier, ja, unter den Brücken her zu meistern. Aber, das hat vorzeitig noch gut geklappt. Und, ja genau, der Kleine da hinten, der wird jetzt gleich anfangen, seinen Kern auf die Breitseite zu schmeißen. Und, ja, das sieht die Natur auch schon echt heftig, soll ich sagen. Ja, leider nichts zu sehen hinter den Bäumen. Und, ja, zu Gott gemäß nicht. Flussaufwärts, ja. Und der Rhein bei Duisburg entwickelt sich zu einem kleinen See. Ja, liebe Leute, jetzt frage ich mich gerade. Da ist der Ende. Ich habe schon gerade einen Schreck bekommen, weil die ganze Zeit da unten so ein Kinderfahrrad alleine lag. Aber jetzt kam der Papa mit dem Kind angerannt. Ja, ich habe schon Ausschau gehalten. Das passiert ja heutzutage schneller, als man gucken kann. Ist das Kind auf einmal weg. Jetzt wird es sichergestellt mit dem Schal. Sehr gut. Papa passt gut auf. So, gut. Das war es eigentlich. Dann sagen wir sie hier. Dämmerts. Alles sieht schön aus. An meinem Rolltrainstück habe ich auch schon Licht eingeschaltet, aber nur vorne, weil ich eben im Gegenverkehr unterwegs war. Das ist eine schöne kleine alte Villa hier. Ja, tolles Licht. Schöner Tag. So liebe ich das Leben. Ich hoffe ihr macht auch so Sachen, weil, denk dran, jeder Tag kann der letzte sein. Ja. Also wenn jetzt ein paar Wellen mehr hier wären, würde ich sagen, ich bin irgendwo am Meer. Alles gut. Das Kraftwerk dampft, weil sie alle wieder ihre Elektroheizung hochdrehen. Und es sollte ja wieder Strom erzeugt werden. So für die ganzen grünen Ökos. Ja, mit dem Elektrofahrrad durch die Gegend fahren. Aber sich über Kohlekraftwerke aufregen. Die Menschen liebe ich. Ja. So, das ist noch mal ein Tanker. Der sieht leer aus. Arbeitet sich relativ zügig durch im Holländer. Ich stehe jetzt hier oben auf dem Deich. Ca. 800 bis 1000 Meter von den Duisburger Rheinbrücken, oder wie sie heißen, oben entfernt. Wo hier unser schöner Stahl und Edelstahl gemacht wurde und ein bisschen noch gemacht wird. Aber wir Deutschen, wir sind ja so schlau. Wir verkaufen alles für einen Euro nach China und holen uns für 10 Euro zurück. Ja, so ist das Leben. Ja, da muss ich nicht unbedingt weiter gehen, weil hier fängt das Touristengebiet an, so wie es aussieht. Autos stehen schon reiche hier unten. Ich mach da mal die Wände, weil auf Massentourismus stehe ich nicht. So, der blubbert richtig schön. Richtig schön aus dem Hohlraum raus. So geil. Einfach so geil. Ja, so. Ich glaube, ich mach jetzt mal langsam Feierabend. Weil mir tut auch die Lunge weh. Genug getrampelt für heute. Mein Kleiner hat mich wieder gut unterstützt. Mein Rolldrehtor zahlt die AOK leider nicht, aber ich bin froh, dass ich ihn mir zugelegt habe. So, alles gut. Schönen Tag. Macht es gut. Und genießt euer Leben. Euer Norbert vom Kanal, heute vom Rhein. Ciao. 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 Vielen Dank.